Also einer von meiner Lieblingsschiffstellen liegt in Lehrenbundnisse und ja, es steht da in Lehrenbundnisse 112, Vers 10, Sei demütig, dann wird der Herr, dein Gott, dich an der Hand führen und dir auf deine Gebete Antwort geben. Und ich mag diese Stelle, weil es uns zeigt, dass wir wirklich Antworten von Gott kriegen können, wenn wir einfach bereit sind, die empfangen zu können. Und ja, manchmal sind wir in einem Stand, wo wir nicht ganz vorbereitet sind, Antworten zu empfangen, ob es von Familie ist oder von Gott. Und wenn wir einfach demütig bleiben, können wir diese Antworten empfangen und können wir verstehen, was Gott für uns vorhat. Und ja, das weiß ich und deswegen mag ich diese Stelle.